40 Jahre Gemeinde Tacherting, Gemeindegebietsreform. Anlässlich diesen Jubiläums veranstaltete die Gemeinde Tacherting am 11. und 12. August 2012 eine Gewerbeschau. Zu sehen gab es unter anderem eine interessante und detaillierte Geschichtsausstellung unter der Leitung von Herrn Guggel und recherchiert von Herrn König. Und viele verschiedene Geschäftsstände waren auch mit von der Partie. Im Außenbereich sorgten die Jungs und Mädels für erfrischende Getränke an der alkoholfreien Cocktailbar. Auch die freiwillige Feuerwehr Tacherting war zu Gast. Das Abendprogramm begann mit einem Festgottesdienst und einem hervorragenden Gemeinschafts-Gord der Gemeindeteilen Peterskirchen, Emersam und Tacherting. Gefolgt von einem guten Essen und gemütlichen Abend bei zünftiger Musik im Gasthof zur Post. Am Sonntag folgte dann das besondere Highlight, das Kuhfladenroulette, wo es 25.000 Euro zu gewinnen gab. Die DVD ist ab sofort erhältlich im Online-Shop von Benning Studios oder Bestellungen auch über die Gemeinde Tacherting. Die DVD ist ab sofort er представscreen. Die DVD ist ab sofort erhältlich im Online-Shop von Benning. Untertitelung des ZDF, 2020